Hallo Leute, wir sind zurück mit einer weiteren Reihe von Gadgets für alle Gelegenheiten, an denen ihr interessiert sein könntet. Seid ihr bereit? Alle Links zu den Produkten findet ihr in der Beschreibung unten. Nun vergesst nicht, uns in den Kommentaren mitzuteilen, welche Gadgets ihr gerne in unserem nächsten Video sehen würdet. Hier ist ein eleganter Ring, der sich um deine Gesundheit kümmert. Er ist buchstäblich vollgestopft mit verschiedenen Sensoren. Der Ring überwacht ständig deine Herzfrequenz, sodass du sie in Echtzeit und während des Trainings überprüfen kannst. Außerdem kann das Gerät dann den Blutsauerstoffgehalt und deine Schlafphasen messen, was der Schlüssel zu besserem Schlaf ist. Einige Funktionen sind besonders für Frauen nützlich. Die spezielle mobile App sammelt alle deine Daten und liefert dir personalisierte Empfehlungen und sofortige Warnmeldungen. Das mitgelieferte Größenbestimmungskit hilft bei der Auswahl der richtigen Ringgröße, um maximale Genauigkeit zu erzielen. Und beim Schwimmen musst du den Ring nicht abnehmen. Er ist wasserdicht. Ein Ultraschall-Zahnreiniger pro Tag benutzen? Der Zahnarzt, dich nicht zurechtzustutzen. Dies ist der einfachste Weg, um deine Zähne aufzuhellen und alle Arten von Plack, Zahnstein und Flecken zu entfernen. Drei Reinigungsmodi und zwei austauschbare Köpfe helfen dir dabei, den Reiniger an deine Bedürfnisse anzupassen. Der flache Kopf reinigt die Zahnoberfläche, während der Nadelkopf die Zwischenräume bearbeitet. Und das Wichtigste, mit der integrierten 5 Megapixel Kamera und der mobilen App kannst du den gesamten Vorgang auf deinem Smartphone verfolgen. Helle LEDs sind für die Beleuchtung zuständig. Keine Sorge, wenn der Reiniger dein Zahnfleisch berührt, er stoppt automatisch. Das Gerät wird über USB-C aufgeladen und hält bis zu zwei Monate mit einer Ladung. Es ist ganz einfach, ihn sauber zu halten, denn er ist komplett wasserdicht. Stell dir vor, du hättest deinen eigenen kleinen Wald direkt auf deinem Schreibtisch. Mit diesen Terrarien kannst du das ganz einfach tun. Das Set enthält alles, was du brauchst. Ein schönes Glasgefäß mit einem Holzständer, eine Vielzahl von Moosarten und sogar eine optionale Lampe. Außerdem gibt es diesen kleinen Saugheber für die Glastür. Die Größe und Form deines Terrariums kannst du frei wählen. Es gibt viele Möglichkeiten. Das Aufstellen der Mooswand dauert nur ein paar Minuten, erfordert aber keine gärtnerischen Fähigkeiten. Obwohl das Moos völlig natürlich aussieht und sich auch so anfühlt, ist es biologisch inaktiv. Es erzeugt also keine Nebel, aber das kann man mit einer Nebelmaschine beheben. Und das Beste ist, dass dieses Terrarium keinerlei Pflege benötigt. Möchtest du bei allen deinen Campingausflügen warm und gemütlich bleiben? Alles, was du brauchst, ist dieser tragbare Schlafsack. Dieser Schlafsack ist mehr wie ein Overall, den du den ganzen Tag übertragen kannst. Sobald das Lager aufgeschlagen ist, kannst du einfach die abnehmbaren Füßlinge anziehen und die elastischen Handabdeckungen anpassen. Das Ding hat auch eine verstellbare Kapuze und bequeme Kängurutaschen. Das Wichtigste, die Synthetikfüllung hält dich bei jedem Wetter warm, während die wasserabweisende Beschichtung dich vor Regen schützt. Das Basismodell eignet sich für Temperaturen von bis zu 10 Grad, aber du kannst auch eine wärmere Tasche mit zusätzlichen Taschen bekommen. Und natürlich gibt es eine große Auswahl an Größen und Farboptionen. Hier ist die ultimative Drohne für jeden Reisenden und Content Creator. Dieses Modell ist mit einer Hasselblatt-Kamera auf Profi-Niveau ausgestattet, die Bilder mit 20 Millionen Pixeln und eine Videoauflösung von 5,1K liefert. Dank des großen Sensors zeichnet sich diese Kamera durch einen hohen Dynamikbereich und hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Alle deine Zeitlupenaufnahmen sehen in 4K-Qualität mit bis zu 120 FPS unglaublich gut aus. Aber jetzt kommt das Beste. Die Drohne hat eine zweite Telekamera. Mit ihrem 28-fachen Zoom und dem abnehmbaren Weitwinkelobjektiv kannst du mit dieser Kamera die atemberaubendsten Panoramabilder aufnehmen. Außerdem wird die Drohne mit einem wirklich tollen Controller geliefert, der über ein riesiges eingebautes Display verfügt. Die omnidirektionale Hinderniserkennung sorgt dafür, dass deine Drohne in jeder Umgebung sicher ist. Selbst wenn sie das Signal verliert, kehrt die Drohne automatisch zum Startpunkt zurück. Dieses innovative Schachbrett bringt die Magie in die reale Welt. Alle Figuren auf diesem Brett können sich selbstständig bewegen. Der Mechanismus ist sanft und leise. Du kannst sogar völlig freihändig spielen, indem du deine Figuren per Sprachbefehl bewegst. Wie cool ist das denn? Du brauchst nicht einmal einen Partner, denn die intrigierte KI spielt wie ein Mensch und passt sich dein Niveau an. Du kannst aber auch online gegen echte Gegner spielen. Alle ihre Züge werden auf deinem Brett angezeigt. Darüber hinaus gibt es eine spezielle App für Mobiltelefone, die sich alle deine Spiele merkt und dir Tipps gibt. Die Minimalversion ist leicht modernisiert, aber es gibt auch ein klassisches Set. Und hier ist das kompakteste Schachbrett, das du überall hin mitnehmen kannst. Es handelt sich eigentlich um das Spiel Dame, aber die Spielsteine sind ebenfalls im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Das Beste daran ist, dass sich das hölzerne Schachbrett leicht zusammenrollen lässt und in die mitgelieferte Transporthalterung passt. Ist das ein riesiger Turnschuh? Nun, tatsächlich könnte dies eines der ungewöhnlichsten und stilvollsten PC-Gehäuse sein, das wir je gesehen haben. Es kombiniert verschiedene Design-Elemente von beliebten Turnschuhen von Nike, Adidas und Bilanziaga. All diese Elemente wurden mit einem 3D-Drucker hergestellt. Ganz zu schweigen von den internen Komponenten. Dieser PC wird von einem Intel Core i7 angetrieben, zusammen mit der Galaxy ATX-Grafik und 16 GB RAM. Außerdem gibt es über 1 TB ultraschnellen SSD-Speicher. Diese Hardware muss zu jedem Outfit passen. Zu wenige Anschlüsse? Hier ist ein leistungsstarker USB-Hub für jede Gelegenheit. Zunächst einmal erhältst du zwei USB-C-Anschlüsse. Einen für die Datenübertragung und einen weiteren zum Aufladen. Außerdem gibt es vier normale USB-Anschlüsse, die für deine Festplatten und andere Peripheriegeräte mehr als ausreichend sein sollten. Über den HDMI-Ausgang kannst du einen externen Monitor in bis zu 4K-Qualität anschließen. Außerdem gibt es zwei integrierte Steckplätze für TF- und SD-Karten. Was die eigentliche Tastatur betrifft, so verfügt sie über einen vollständigen Satz von schieren Tasten, die die nützlichsten Tastenkombinationen enthalten. Die kongave Form und der kurze Hubweg sorgen für ein komfortables Tipp- und Spielerlebnis. Und keine Angst vor der Dunkelheit, die Tasten sind hintergrundbeleuchtet. Die Frage ist also, Space Grau oder Silber? Viele Geräte zu haben, bringt viele Probleme beim Aufladen mit sich. Hier ist die Lösung. Eine leistungsstarke Ladestation, die mehrere Geräte gleichzeitig versorgt. Dank des intrigierten Apple Watch Ladegeräts und des Lightning-Ausgangs ist sie perfekt für die Apple-Familie geeignet. Aber wenn du ein Android-Nutzer bist, könntest du den Anschluss mit einem Knopfdruck auf USB-C umstellen. Das Gerät unterstützt schnelles Aufladen mit einer Leistung von 18 Watt. Und natürlich ist auch kabelloses Aufladen möglich. Das eingebaute Kettenspulen-Pad sorgt dafür, dass dein Telefon geladen wird, egal wie du es aufstellst. Und es gibt noch eine weitere Besonderheit, die du kennen solltest. Die geheime Schublade an der Seite. Es gibt immer ein Problem mit diesen schönen und schlanken Geldbörsen. Deine Sachen passen einfach nicht hinein. Aber dieses Portemonnaie ist anders. Trotz des kompakten und modernen Designs passen in dieses Portemonnaie bis zu 12 Karten, sodass sie geordnet und leicht zugänglich sind. Das gleiche gilt für Münzen. Sie werden automatisch getrennt, sodass man nicht lange danach suchen muss. Und wenn du ein Dokument unterschreiben musst, ist dein mitgelieferter Ministift sofort zur Hand. Was die Sicherheit betrifft, so ist das Portemonnaie RFID blockiert und mit einem Anti-Drop-Magnet-Clip ausgestattet. Die intrigierten Magnete ermöglichen einen reibungslosen Verschluss und lassen sich auch als Telefonständer verwenden. Das Portemonnaie ist aus Ripstop-Gewebe gefertigt, das sogar stärker ist als Stahl. Wie zu erwarten, gibt es das Ding in vielen verschiedenen Farben. Nichts geht über die Klassiker. Dies ist eine authentische Nixi-Röhrenuhr, aber mit einigen modernen Funktionen. Das erste, was dir auffallen wird, sind die sechs 50 Jahre alten Nixi-Röhren. Wusstest du, dass dieses Ding ein Wi-Fi-Modul hat? Und es gibt eine Handy-App, mit der du zwischen verschiedenen Lichteffekten umschalten kannst. Oder du kannst das eingebaute Touchpad benutzen. Schön. Aber schau mal hier. Dieses Modell verfügt über die gleiche hochwertige Konstruktion mit originalen Nixi-Röhren, aber hier ist, was es tun kann. In der Ecke befindet sich ein kleiner Knopf zum Umschalten der Modi. Du kannst die Uhrzeit und das Datum in verschiedenen Formaten sowie die Temperatur ablesen. Ja, das Ding hat GPS. Und natürlich gibt es noch die dazugehörige App. Dieses kleine Gadget hilft dir und deinem Partner, den ganzen Elternkram wie Windeln, Füttern und Baden auf moderne Art und Weise zu erledigen. Es ist wirklich einfach. Es gibt acht physische Knöpfe und jeder von ihnen steht für ein bestimmtes Ereignis. Du hast das Baby ins Bett gebracht und die Windeln gewechselt. Jetzt kannst du die Ereignisse mit einem Tassendruck protokollieren. Das Gerät verbindet sich mit dem heimischen Wi-Fi und synchronisiert alle Daten mit der mobilen App. Außerdem kannst du andere Benutzer zu deinem Konto hinzufügen. Außerdem ist das Gerät batteriebetrieben und kann so nahtlos zwischen verschiedenen Räumen transportiert werden. Du kannst es auch an der Wand im Kinderzimmer befestigen. Außerdem ist das Gerät mit Alexa kompatibel. Wenn deine Hände also beschäftigt oder, sagen wir mal, schmutzig sind, reicht auch ein Sprachbefehl aus. Bring die Sicherheit deines Zuhauses auf die nächste Stufe. An dieser Cam kann niemand unbemerkt vorbeigehen. Drei Bewegungserkennungssensoren decken bis zu 270 Grad ab. Natürlich gibt es eine eigene mobile App für alle Funktionen. Die Kamera hat auch Nachtsicht und zwei ultrahelle, vollautomatische LED-Leuchten, deren Helligkeit du ganz einfach einstellen kannst. Außerdem gibt es eine Zwei-Wege-Audio-Funktion, sodass du dich mit deinem Gast unterhalten kannst. Oder du lässt die laute Sirene die Situation regeln. Das gesamte Filmmaterial wird in Full-HD-Qualität gespeichert und du kannst es entweder in der Cloud oder auf einer Micro-SD-Karte ablegen. Wenn du schon einmal mit solchen Geräten zu tun hattest, wird die Installation nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Du brauchst dir keine Sorgen, um die Wetterbedingungen zu machen. Die Kamera ist robust und wasserdicht. Und jetzt ist es an der Zeit, ein paar coole Tastenkappen auszuprobieren. Warum kannst du nicht Thors Hammer anstelle deiner Escape-Taste verwenden? Der Hammer ist zwar klein, aber er besteht aus Titan- und Aluminium-Ligierungen. Und hier ist etwas für die Evangelion-Fans da draußen. Du wirst sofort die schöne lila Rüstung, der originalen Unit Zero-One, erkennen. Das Set enthält drei Tastenkappen, die für jede mechanische Tastatur geeignet sind. Du kannst sie jederzeit leicht abnehmen, falls dir langweilig wird. Aber komm schon, das wird wahrscheinlich nie passieren. Diese Ohrstöpsel wurden entwickelt, um dein Gehör auf Konzerten, in Clubs und an anderen lauten Orten zu schützen. Hänge es einfach an deinem Schlüsselbund, damit du es immer griffbereit hast. Und obendrein sind die Ohrstöpsel mit einer mobilen App ausgestattet. Sie zeigt den Schallpickel um dich herum an und sagt dir, wie lange du dich dort aufhalten kannst, ohne deine Ohren zu schädigen. Aber es gibt keinen Grund zur Eile, wenn deine Ohren geschützt sind.